Könnte mich daran gewöhnen, Lautner flittert gerne. Nach der Märchenhochzeit folgen jetzt die traumhaften Flitterwochen. Vergangenen Monat gaben Tela Lautner, 30, und seine liebste Tela Dom sich bei einer romantischen Zeremonie auf einem Weingut das Jahr baut. In Begleitung von 100 Freunden und Verwandten feierten der Twilight-Star und seine Frau. Die nun denselben Vor- und Nachnamen wie der Hottie trägt, den Bund der Ehe. Jetzt gibt der Schauspieler Einblicke in den gemeinsamen Liebesurlaub. Der Jakob-Darsteller und seine Tela verbringen ihre Flitterwochen auf Punta Mita, einer paradiesischen mexikanischen Halbinsel. In einem Instagram-Video zeigt der 30-jährige Ausschnitte aus der luxuriösen Hochzeitsreise. Neben atemberaubenden Sonnenuntergängen, Feuerwerk und gemeinsamen Mahlzeiten sind die beiden Turteltauben außerdem am Strand zu sehen. Wie sie sich ein High-Five geben. Der ehemalige Teenie-Schwarm kommentiert den Post mit, könnte mich an das Leben mit dir gewöhnen. Gegenüber Vogel war die 25-jährige Kurzmacht der Vermählung gar nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen, ich fühlte mich wie in einem Märchen. Alles war so wunderschön, ich war absolut überwältigt. Ich erinnere mich, dass ich mich während der Zeremonie umgesehen habe und einfach nur beeindruckt war von allem. Anführungszeichen Vielen Dank.